Wir hören eine Unterhaltung zweier Geschwister. Oh Schwester, ist die Welt nicht schön, die ich aus meinem Fenster heraus beobachten kann? Wir hassen dich so sehr. Du bist eine Belastung für uns alle. Oh Schwester, kannst du mir vielleicht meine Mandoline reichen, die dort am Fenster liegt, damit ich spielen kann? Du bist ein Krüppel. Du kannst nicht spielen. Warum bist du noch da? Oh Schwester, meine Decke juckt. Ist mir egal. Oh Schwester, Schwester, kann ich vielleicht Lego haben? Nein. Ich wünschte so sehr, ich könnte das Leiden unserer Familie einfach beenden, indem ich dich mit dem flauschigen Kissen hinter dir, das deinen Nacken stützt, einfach ersticken könnte. Oh Schwester, kannst du mir vielleicht etwas vorlesen aus dem wunderschönen Geschichtenbuch dort drüben? Nein. Ich kann nicht lesen. Hey, nach einer solch lustigen Geschichte habe ich hier als Title Card ein Baby-Nilpferd für euch. Bitte abonnieren und liken. Danke. Danke.